Ich versuche so eine Grundidee der speziellen Relativitätstheorie mit einem Gedankenmodell einzuführen. Ich habe ein Auto und das soll mit 100 m pro Sekunde fahren. Das ist ein 360 kmh, das ist schnell, aber ist ein Gedankenmodell. Ich habe zwei Personen im Auto und die schießen hier mit 1000 m pro Sekunde jeweils Kugeln weg. Die fliegen dann nur durch den Hut, wird auch im Gedankenmodell keiner verletzt. So, wenn jetzt, und dann habe ich vier Personen, also Person A, B, C und D. Und das erste, was ich habe, ist also die Kugel. Also quasi ein Teilchen. Da ist es so, also die vier Personen, A, B, C, D, dann haben die unterschiedliche Wahrnehmungen. Also Person B sagt, die Kugel fliegt mit 1000 m pro Sekunde weg. Ja, und C sagt auch, meine Kugel fliegt mit 1000 m pro Sekunde weg. Aber D sagt, zu diesen 1000 kommen noch die 100 dazu. Und deswegen fliegt mir diese Kugel mit 1100 m pro Sekunde um die Ohren. Und A sagt, ich ziehe von den 1000 die 100 ab. Das heißt, der sagt, nee, hier ist schwarz, nur mit 900 m pro Sekunde fliegt die Kugel durch meinen Hut. Ja, also das ist jetzt das Teilchen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir wollen zur Relativitätstheorie. Die Teilchen, die sind noch ganz, ganz brav. So ein Auto macht Lärm. Das heißt, ich habe hier Schallwellen. Okay, jetzt habe ich Schall. Schall hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 340. Ja, hier so 340 m pro Sekunde. Und zwar bezüglich der Luft. Also Schall breitet sich in der Luft aus. Also ich habe A, B, C, D. Der A-Mensch sagt, ja, da kommt Schall durch die Luft. Also habe ich hier meine 340 m pro Sekunde. Und der Dora-Mensch sagt auch, ja, der Schall hat 340 m pro Sekunde. Der C-Mensch, der fährt seinem Schall ja hinterher. Also eigentlich müsste ich das anders sein. Ich müsste ihn hier so enger machen. Ja, der C-Mensch sagt, von mir entfernt sich der Schall nur mit 240 m pro Sekunde. Also würde ich jetzt diese Geschwindigkeit, die ich da habe, diese 100, würde ich die jetzt noch schneller machen auf 340 m pro Sekunde, würde das Auto mit Schallgeschwindigkeit fahren. Ja, und der C-Mensch würde überhaupt keine Geschwindigkeit verstehen. Der Schall entfernt sich nicht. Und bei B sind es eben 440 m pro Sekunde. Ja, so dieser Vergleich. Also wir haben Schall, ist eine Welle. Und beim Teilchen, also bei der Welle, A und D haben es gleiche. Und beim Teilchen B und C haben es gleiche. So, und das ist jetzt aber immer noch nicht. Das ist so alles nur so ein, um es später zu verstehen, bei der speziellen Relativitätstheorie hat sich Einstein jetzt über das Licht Gedanken gemacht. 1900 war man der Meinung, Licht ist eine Welle. Also sollte sich Licht so verhalten, wie es bei der Welle ist. Man konnte es aber nicht messen. Es war auch schwer zu messen. Also Michelson und Morley haben versucht, es zu messen. Also ich montiere jetzt hier einen Scheinwerfer an das Auto, einen Scheinwerfer nach vorne und einen Scheinwerfer nach hinten. Der Rückscheinwerfer ist rot und vorne ist irgendwie weiß. Und dann geht das Licht weg. So, Licht, 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 Licht. Und nach vielen Überlegungen ist Einstein zu der Überzeugung gelangt. A, B, C, D. Wir haben hier Licht. Das heißt, dass der Mensch bei A die Lichtgeschwindigkeit misst. Nämlich 300.000, jetzt Kilometer pro Sekunde. Ja, und der B-Mensch auch 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und der C-Mensch auch. Also Einstein kommt zu dem Schluss, dass es nur logisch sein kann, wenn Licht immer, egal in welchem Bezugssystem, im Auto, neben dem Auto, vor dem Auto, hinter dem Auto, dass es immer die gleiche Geschwindigkeit hat. Und das ist jetzt erstmal seltsam. Weil wo sind jetzt hier, ja, wo sind meine 100 kmh? Und aus dieser Grundüberlegung heraus entwickelt er dann die spezielle Relativitätstheorie, die gleich am Anfang nicht viele geglaubt haben, die sich aber dann als ziemlich gut herausgestellt hat.